ARD Text im Auftrag von Funk Die ist auf jeden Fall in der Höhle, wie du gehört hast. Irgendwo. Egal, zu viel jetzt. Wir hätten den Abhauen sollen bei Exodo. Ja, dann hätten wir denen die Base komplett überlassen. Ja, aber dann hättest du ja gleich sagen können, okay wir gehen. Was hätten wir denn jetzt? Das einzige was ich gehabt hätte wäre das Gear was ich noch hatte. Ja gut, hast recht. Shit happens! Er ist momentan halt stark equipt, er muss einmal sterben. Am besten muss er sterben, oh Entschuldigung. Am besten muss er sterben und das Ding muss in der Lava verbrennen. Ne, wir müssen das hier kriegen. Ja, die einzigen die ihn aber jetzt grad töten können ist entweder Discaro, weil die auch Full-Dia sind. Oder... Wenn ihr von hinten überrascht könnt, würden wir ihn auch töten, also ich. Ich hab ein Schadmus 3 mit Flame Aspect. Mit Flamme Aspect, jetzt. Ja, dann solltest du wenigstens noch eine gute Rüstung haben. Ist zwar nur ein Eisenschwert, aber... Schadmus 3 ist quasi wie ein Dia Schadmus 2 Schwert. Achja. Wir finden hier unten nochmal Diaz. Ja, aber noch nicht, wir sind noch nicht tief genug. Ja. Meine kaputte... Wieso kam jetzt meine kaputte Spitzhack wieder ins Inventar? Was hast du denn drauf für den Mods? Gar nix. Mods oder was? Ja, ne oder? Opti-Fight. Ja. Ich war wohl wegen Serverlich. Die hält auch nur einen Schlag aus, dann ist die wieder kaputt. So, jetzt sind wir aber gleich schon mal unten. Jo. Musst du nie wieder hoch in der? Machst du schon mal, okay. Dann muss man. Ja, und fertig. Wie hoch sind wir jetzt? Äh, elf und zwölf ist das. Okay. Dann buddeln wir irgendwo, wo wir einen Lager aufschlagen können. Vielleicht nicht direkt nach der Treppe, sondern erst ein bisschen rum oder sowas. Genau, irgendwie. Keine Ahnung. Gute schönen Platz. Hier, das müsste an der Wand sein, ja. Das ist an der Wand. Oh, Diaz! Oder? Achta. Ja, aber leider nur einer. Wahrscheinlich nur einen, weil das in der Wand ist. Ja, weil da, genau. Die Wand hat die Diaz kaputt gemacht. Nein! Einer. Wir brauchen Diaz-Spitzhacke, drei Stück. Oh Gott. Aber warum Diaz-Spitzhacke? Kannst du Obsidian so abbauen? Achso, du hast die Wand abbauen? Nein, das ist ja kein Obsidian. Doch, das ist die Kuppel. Das ist die Kuppel. Nein, aber du brauchst Obsidian für den Verzauberungstisch. Wir brauchen auch einen neuen Verzauberungstisch. Ach, das meinst du? Mhm. Hier ist jetzt unser Lager jetzt, oder was? Ja, mehr brauchst ja nicht, oder? Wir haben ja nur nichts zu essen. Okay. Kannst ja gleich größer machen. Aber stell da erstmal was hin. Stell dir auch mal eine Kiste dahint. Machst du noch einen, oder was? Ja. Ja. Achja, was soll's. Man braucht schon ein größeres Lager. Der ist doch groß genug. Der ist doch schön eng hier. Ah, eng. Die Höhle müsste jetzt auch gleich kommen. Hm? Die Höhle müsste hier auch irgendwo sein. Ja. Da will jemand kämpfen. So. Geil wäre, wenn sich jetzt einer drauf einlässt, und sagt dann wo. Voll einlausten Maul wird. Ne, ne, sagen wo. Das wär gut, ja. Dann gehen wir hin. Das Schwert ist ganz gut noch. Das kann man vielleicht noch gebrauchen. So. Dann nehm ich mal das. Und dann nehm ich mal das. Nur mit Fäusten. Nur noch Sneaken hier unten. Ja, ja. Ich bin grad am Craften. Da kann ich nicht sneaken. Auch wenn jetzt der Weg länger ist. Unsere einzige Chance ist uns jetzt noch einmal aufzubauen. Also wir kriegen auf jeden Fall noch ein Leben zurück. Eine Wolle werden wir finden. Ja, Papierobus ruhig jetzt noch ein Licht. Das machen wir erst. Hast du noch Essen? Drei Kartoffeln. Ich hab dir das meiste gegeben. Okay. Und die Welten auf welcher Höhe sind wir? Ja, ich. Zehn und elf. Also elf und zwölf. Ja, ja. Da ist Wand. Das war das Kuppel, die dich jetzt zerstört. Ja, da kann man nichts ändern. Ja, ja klar. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich wieder drei oder vier gehabt. Du buddelst grad hoffig. Ach, ich komme da eigentlich auf dich zu, genau. Von der Seite. Den Namen direkt gesehen. Wir sind irgendwo Zombies bei uns in den Gängen, ne? Das ist ein ganzer Dingens irgendwo. Eine ganze Höhle. Das war ein Schleim. Ist die Höhle abgelaufen? Ich bin dann bei der Höhle noch nicht gewesen. Hab sie nicht gefunden. Also war noch nicht reingehackt. Klingt nach über uns, glaube ich. Spitzhacke kaputt. Ich bin totgegangen. Ja, hier kann ich auch nochmal mit draufschlagen. So. Versuch nicht so weit weg zu buddeln, weil wir sind grad am Rand. Das ist eigentlich gut für uns. Weißt du was ich meine? Ach so. Du willst am Rand bleiben. Ja, so ungefähr. Ich will gucken, ob ich einen Angang finde. Aber gut, wenn du hier bleiben willst. Du sneaks nicht, ne? Ich bin in der Kiste. Such mal die Höhle. Die muss irgendwo über uns sein. Soll ich denn dir und die Wolle momentan mit rumtragen, weil wir keinen Stein haben? Aber wir haben keine Kohle. Doch, wir haben Kohle. Wir haben ein bisschen Kohle reingetragen, ja. Ich hab grad schon die Steine mit den Trick getropfen gesehen. Da muss doch irgendwo hier sein jetzt. Ja, und muss ja dann direkt darüber sein. Ja, eigentlich schon, ne? Na, da ist der Schleim. Und Eisen hat er auch gleich dabei. Ich kann kein Ring ausmachen, sondern Blaze machen. Du hast die Höhle doch schon angegraben hier. Lol, hast du nicht gemerkt? Vielleicht ist das auch gar nicht mein Tunnel, den du das siehst. Neuen Ambos brauchen wir auch wieder. Oh, ey. Ambos sind Eisenblöcke, oder? Ja. Das ist kein Problem. Da haben wir so viel von. Ja. Ich weiß nicht, dass hier schon wieder ne Schlucht, ne Unterirdische. Oder ist das die von uns? Ne, wir sind zu weit gegangen. Eigentlich kann das die nicht sein. Creeper? Ja, ist auch bei mir. Ist die unsere Höhle? Das ist Emerald. Ich seh den Namen von dir. Du bist genau unter ner Schlucht. Bist du grad in unserem Lager? Ja, ich war in unserem Lager. So, ich lauf jetzt wieder weg. Warum? Wir sind genau unter ner Schlucht. Das ist gar nicht so schlecht. Da buddelst du dich von oben ja nicht rein. Hier gibt's Emerald. Das würde ich irgendwo unter mir buddeln. Wenn du Lava hörst. Das ist der Diaz. Oh, Diaz. Ich bin genau bei dir in der Nähe. Nur einer, auch Mann. Pass auf, dass du, wenn du Diaz abbaust an ner Lava, guck das da drunter. Unter dem Dia-Block. Keine Lava hier in der Nähe. Oh, Diaz. Geil, geil, geil. Geil. Wir sind ja auch in der Höhle. Oh, ich glaub das waren 6 Stück oder so. Und da bist du ja. Da wo du bist jetzt da, das Loch da, genau. Da war ein Dia und der Rest war hier. Ich habe sieben Diaz. Sieben Diaz. Das heißt, ich mach mir jetzt den Spitzhang und mach den Bauern an Lava ab irgendwie. Also, Obsidian. Nein, da ist ein Spieler. Weg. Ich kann nicht rennen. Wer ist das? Wer ist das von denen? Der mit Dynamite. Dynamite. Ich habe ein Flameschwert. Warte, ich mach ihn fertig. Ich bin fast tot. Hast du Wasser? Renn ins Wasser hinter dir. Renn ins Wasser hinter dir. Renn ins Wasser hinter dir. Alter. Ja, okay, warte. Ich habe weiße Wolle mit. Ja, nur die grüne Wolle. Hat er Obsidian dabei gehabt? War das Obsidian? Warte, warte. Ich habe zu wenig Platz im Inventar. Alter. Ich habe zwei gelbe Wolle. Wieso habe ich zwei gelbe Wolle? Du hast die... Ne, meine ist hier. Der hat die Wolle noch dabei. Der hat die gelbe Wolle von uns dabei. Oh, wie geil. Danke. Danke. Aber abgebaut von uns hat er nichts, ne? Warte mal ganz zurück weg. Abgebaut hat er nichts. Aber er weiß jetzt wo wir sind. Ich weiß, wo die Höhle hier ist. Ich weiß nicht, wo die Höhle hier ist. Das kann man nur verzaubern. Wenn wir keine Bücher haben, verzaubern wir das Ei und Zweig. Wir haben... Du weißt nicht wie viel Eisen wir haben. Ja. Lass mal zurück gehen eben. Wir machen den Gang wieder zu und kommen nicht wieder in die Höhle zurück. Achso, hast du Obsidian von ihm gekriegt? Ich meine, er hätte Obsidian gekriegt. Nein, es waren Kohleblöcke. War auch gut. Warte mal. Wirst du deinen Lava wieder haben? Ist das dein Lava gewesen? Nee, er hat den Lava einmal auf mich gesetzt. Wieso kriege ich den Elm nicht? Was willst du haben? Das ist ein Helm. Keine Ahnung, der ist ein tiefer, glaube ich. Nee, mein Inventar ist voll. Kannst du den gerade mitnehmen? Mhm. Lass mal zurück gehen und die Höhle zu machen. Ich habe Stein. Okay. Aber eigentlich wollte ich hier noch weiter durch. Aber na gut, ich glaube wir haben alles hier geholt. Nee, okay. Die einzige Chance ist jetzt, wenn er raus ist. Dann können wir hier wieder reingehen. Welches Team hat der? Welche Farbe? Schwarz. Nee, der ist noch. Schwarz ist der. Grün ist er. David Deinemann ist grün. Achso. Jo. Hat wohl jetzt sein letztes Leben. Wo ist denn jetzt unser Gang zurück? Ey, ich finde hier nie was. Hier. Ich lauf gerade. Scheinbar hat er noch ein Leben. Also wird er mit dem Letzten doch kämpfen und es nicht in die Welt legen. Hier ist noch weiße Wolle drin, wenn du gerade Leben fabrizierst. Weiße und grüne Wolle einmal in der Kiste. Wir brauchen noch eine Geheimkiste irgendwo. Weil ich habe ja noch gelbe Wolle. Die muss ich auch irgendwo hin tun. Kannst du die nicht benutzen? Gelb. Du hast doch zweimal gelb. Warum soll ich die gelben benutzen? Warum denn? Das ist doch eigentlich zu unserem Leben. Ja, ne. Klar, die können wir setzen auch. Ganz normal jetzt. Ja, eben. Wäre ja schön doof. Gibt's hier so ein... Warte, ich will mal ganz kurz gucken, ob hier ein Grundstein richtig schlecht gesetzt ist. Druck dich bitte. Setz die da oben rein. Warte, in den zwei, damit du sie noch öffnen kannst. Ja, warte, dann muss ich erstmal eine Kiste herstellen. So eine weiteste. Ich habe da nur noch Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann haben wir nur noch zwei Holz hier unten, ne. Spitzhacken habe ich ganz viele. Ja. Zweite von oben. Nicht nur ganz oben, sondern nur die zwei, damit du sie öffnen kannst. Wie viel hast du denn da hochgetragen? Drei, ne? Perfekt. Dann tue ich da eine gelbe Wolle jetzt rein. Und die sieben Diamanten tue ich auch nochmal da rein. Obwohl, ich muss ja... Ich muss auch noch was machen. Ich habe auch noch ein DIA. Ich packe mal sechs Diamanten rein. Ich muss noch eine DIA-Spitzhacken machen. Ah, ne, die nehme ich jetzt aber nicht mehr hoch. Ich lasse die hier unten. Ich hole mal oben Papier und muss ich jetzt erstmal holen. Ich habe so viel Lava-Eimer, ey. Was soll ich denn damit? So, das kann ich mal da oben rein. Das kann man immer mal gebrauchen. Ach, der hatte Stone dabei, oder? Steine. Ich habe noch so eine Protection, Dings. Kohleblöcke. So, das kann noch da rein. Wir können übrigens gleichzeitig ran. Der zweite muss halt springen. Scharpen ist eins Schwert. Kannst du vielleicht nehmen, wenn du willst. Aber auch nur ein Scharpen ist eins Schwert. So. Ein Wasser und ein Lava-Eimer. Mehr brauche ich nicht. Ich gehe jetzt raus und suche Papier. Ja? Ist das in Ordnung? Ja, ja. Mach ich jetzt hier auf. Mach direkt und nehme mir wieder zu. Du bist ja sicher da unten. Der hatte nur eine gelbe Wolle mit. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die her hat. Ich habe zwei, weil die eine im Tat. Warum hat der die überhaupt dabei gehabt? Das wurde doch keine abgebaut, oder? Also ich habe keine Message gesehen. Zumindest nicht für Gelb. Nö. Dann hat er die... Gut, die kann er natürlich schon ewig gehabt haben, ne? Kriegen wir nicht eine Message, wenn uns eine fehlt? Also noch eine, irgendwie über die Zeit? Ja klar. Ja klar. Deswegen muss er die schon ewig dabei gehabt haben. Ja. Das meine ich ja gerade. Der musste die schon ewig dabei gehabt haben und hat wahrscheinlich nichts anderes gefunden. Fech für ihn. Stimmt, weil er bestimmt kein Lager mehr hat. Wollte ja Wolle suchen. Noch eine, damit er noch ein Leben zusammen bekommt. Ja, warum geht er denn hier unten rum? Auf jeden Fall hat er viele Kartoffeln gehabt. Ich habe jetzt wieder 26. Ich hätte ihn hier unten lassen können, ne? Scheiße. Hab ja gedacht. Ich renne ja gut, habe ich wenigstens essen, wenn ich hier rumrenne. War auch nicht verkehrt. Aber du hast dich hier stellenweise runtergebaut, da kommt man nicht mehr hoch. Aber gut, Salz. Ja, gute David. Dein Might. Ja, warum geht der auf uns los? Weil wir waren noch zu zweit da. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich wollte wohl einfach nur entweder kämpfen oder vorbei. Ich war auch nur Eisen-equipped. Ja gut. Aber die Lava war gut gesetzt. Hätte ich auch immer gut erwischt damit, ne? Ja, Lava ist sowieso immer gut. Ich mach jetzt oben mit richtigen Steinen zu, ne? Ja. Das werde ich niemals wiederfinden. Kannst du mal die Konten dann aufschreiben? Ich sag dir die mal eben schnell. Ich kann nix aufschreiben gerade, aber ich weiß, wo wir sind. Ja, aber ich muss die hinterher wiederfinden. Ich bring dich hin. Mach nen Screenshot. Ja, dann sind wir jetzt gleich nicht zum Fight. Äh, im Rennen. 407. 87. 851. So, danke. Die battlen gerade in der Mitte. Ich hoffe, dass Blaze die Tag das nutzt, so weißt du. Naja, wen könnte er... Um auf zu springen, du scheiß Männchen. Was hab ich gesagt denn für 410? 800 irgendwas, zu viel. So, jetzt muss ich runter und irgendwo Papier raus suchen. Oh, das wird spaßig. Bingung. 45 Minuten. Das Spiel passiert jetzt in den ersten 3 Folgen. Es war richtig...